Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen Älterwerden, der 60 Plus Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen Leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast. Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Heute zur achten Episode. Thema ist Arbeiten im Alter und wie kann es gelingen, Menschen, die älter als 55 sind und Unternehmen gut zusammenzubringen. Und dann geht es noch um eine Geschichte, nämlich wie junge Menschen sich für eine altenfreundliche Gesellschaft einsetzen. Dazu darf ich begrüßen Claudia Bachinger. Herzlich Willkommen, Frau Bachinger. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, genau. Ich bin ganz neugierig auf das, was Sie machen. Sie sind Gründerin und CEO von WISA, beziehungsweise Sie sprechen das noch ein bisschen anders aus, glaube ich. Genau, wir sprechen WISER aus. WISER. Also so wie das englische WISER. Genau. Die Weisheit quasi. Ja, WISER, genau. Und wenn Sie sich unseren Hörerinnen einfach ein bisschen vorstellen, was ist Ihr Hintergrund? Also wir haben 2017 unsere Firma gegründet und unsere Plattform entwickelt. Und die Plattform ist eine Plattform, wo Menschen, die schon auch im Ruhestand sein können, also Menschen über 55, sage ich jetzt mal, Projektbasierte und Teilzeitarbeit finden können und sich da ja, ja, mit Firmen vernetzen können, weil wir gemerkt haben, dass es leider am Arbeitsmarkt einen ganz großen, ja, auf Englisch würde man sagen, Age Bias, also eine Voreingenommenheit gegenüber älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt. Und die Idee ist eine längere Geschichte, wie die Idee entstanden ist. Aber genau, gestartet haben wir tatsächlich 2017. Genau. Vielleicht können Sie die Geschichte gleich ein bisschen erzählen, denn damit verbunden ist ja quasi auch eine echte Vision, so wie ich das zumindest in der Vorbereitung verstanden habe. Genau. Also wir haben uns als Vision vorgestellt eine Welt, wo Alter uns nicht mehr definiert und jeder, egal in welcher Lebensphase, das machen kann, was er machen möchte und dazu auch befähigt wird. Und entstanden ist bei mir persönlich jetzt die Idee, irgendwie durch ganz unterschiedliche Momente, sage ich mal, die mich dann nicht losgelassen haben. Ein Moment war zum Beispiel, wie meine Oma selber in Rente gegangen ist und wie ich dann nicht bekommen habe, dass es eigentlich ganz schwierig ist für viele Menschen, so von 100 Prozent arbeiten auf 0 Prozent arbeiten runterzugehen und das auch oft gar nicht gewünscht wird. Und dann habe ich so ein bisschen recherchieren begonnen und habe gemerkt, dass so das Thema Altersdepression auch ein ganz großes Thema ist und überhaupt diese dritte Lebensphase, sage ich mal, also diese sehr lange Zeit noch, die man hat, wenn man mit 60 oder 65 in den Ruhestand geht, dass sie so unvorbereitet kommt und man so gar nicht weiß, was man eigentlich alles noch an Potenzial hat und verwenden kann. Und ansonsten, ich war vorhin Dokumentarfilmmacherin, also ich war eigentlich ganz in einem anderen Bereich tätig. Aber was ich dort gelernt habe, ist eben zuhören und zu verstehen, was so die Schicksale sind und Bedürfnisse von Menschen. Und eine der größeren Dokumentationen, die wir damals auch gemacht haben, war rund um das Thema Zukunftsforschung, also Zukunftstrend. Und damals war ich 29 und fand das irgendwie total schockierend, dass so eine große Anzahl der Menschheit jetzt schon über 50 ist und wir alle eigentlich so alt werden dürfen, sage ich jetzt. Und das aber gleichzeitig hier von Regierungsseite und von der Wirtschaftsseite gar nicht drauf eingegangen wird und eigentlich das Thema so ein bisschen ignoriert wird. Das habe ich mir dann auch einfach genauer angesehen und fand das ganz spannend. Und das hat mich dann alles nicht losgelassen. Und irgendwann dachte ich mir dann, okay, warum gibt es da eigentlich keine Plattform, wo man sich noch engagieren kann. Und genau, so ist die Idee dann entstanden. Ja, total spannend. Also quasi eine Mischung aus eigenen Erfahrungen, aus dem näheren Umfeld, verbunden aber auch mit wirklich einer Vision, nämlich gesellschaftlich Einfluss zu nehmen und Bedingungen zu schaffen, die es auch älteren Menschen erleichtern, sich mit ihrem Können, mit ihrem Wissen, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Weisheit sozusagen zur Verfügung zu stellen. Genau. Ich fand da auch eine ganz schockierende Zahl war für mich so, dass nur drei Prozent der Millennials, zu denen ich ja gehöre, also zwischen 25 und 35, nur drei Prozent von dieser Zielgruppe hat mit Menschen über 53 regelmäßig Kontakt außerhalb ihrer Familien. Und umgekehrt aber auch. Das heißt, dass diese Generationen, diese zwei großen Generationen, die man ja so einteilt, das ist auf der einen Seite die Babyboomer und auf der anderen Seite quasi die Kinder davon, also die Millennials, dass da leider gar kein Austausch mehr stattfindet. Und das hat natürlich viele gesellschaftliche Gründe, wie zum Beispiel, dass wir nicht mehr in Generationenhaushalten leben zum Teil und dass es auch zwischen Stadt und Land ein sehr großes Gefälle gibt. Aber ja, also das ist der ein Grund, warum es da auch sehr wenig Verständnis gibt für andere Generationen, weil dieser Austausch fehlt. Genau. Der bekannte Zukunftsforscher Matthias Horx, der sagt ja, dass es quasi wirklich notwendig wird, dass wir eine, wie er es nennt, sogenannte Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft entwickeln, wo sozusagen neue Alterns- und Altersbilder entwickelt werden, wo es darum geht, quasi zu berücksichtigen, dass wir aufgrund der großen Zahl und der immer größeren Zahl, Sie haben die Babyboomer angesprochen, eben viele alte Menschen haben, die auch noch was wollen. Genau. Ja, also etwas, was wir definitiv auch gelernt haben, jetzt in dieser Zeit, seit wir das machen, sind jetzt schon im vierten Jahr, ist, dass es auf beiden Seiten, also auf der Seite der Jüngeren und auf der Seite der Älteren oder auch bei jedem Menschen die große Offenheit geben muss und die Bereitschaft zu lernen. Weil auch wenn richtige Senior-Experten und Expertinnen, die in einem Gebiet ganz toll sind und sehr viel Erfahrung haben, dann nicht gewillt sind, in manchen anderen Gebieten sich auch ein bisschen auf neue Dinge einzulassen und von Jüngeren zu lernen, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Also das muss, glaube ich, überall gefördert werden und auch bewusst gemacht werden, dass das etwas ist, das wir einfach machen müssen. Ja, die Haltung, die Sie da vertreten, und die kommt ja auch in dem Slogan Ihres Unternehmens, Sie haben den vorhin angedeutet, stell dir eine Welt vor, wo Alter uns nicht definiert. Zieht Ihr Unternehmen ältere Menschen an? Also wollen ältere Menschen in Ihrem Unternehmen arbeiten? Ja, wir haben immer sehr viele Bewerbungen bekommen und nach wie vor, aber auch von sehr vielen Jungen. Also ich merke, dass das Thema, ich bin ja jetzt 34, also würde wahrscheinlich auch noch als Jung definiert werden, und dass wir ganz viele Menschen anziehen, die selber auch noch jünger sind, weil sie vielleicht selber eine Erfahrung gemacht haben in ihrem Umkreis. Und aber auch natürlich ganz viele Bewerbungen sozusagen von unserer eigenen Plattform, wo Menschen mitgestalten möchten. Und wir haben im Vertrieb, hatten wir immer schon ältere und wo hatten wir noch, und in der Buchhaltung, Buchhaltung und Controlling. Ja, spannend. Das hat sich irgendwie auch sehr gut angeboten. Also von den Bereichen her, wo das ganz gut klappt, ist tatsächlich der Vertrieb als Bereich, wo man einfach gute soziale Kompetenzen mitbringen muss und auch viel Lebenserfahrung ein Vorteil ist. Das hat immer gut geklappt. Und Buchhaltung und alles, was rund um das Finanzthema ist eigentlich auch, weil das die Jüngeren oft mal nicht so interessiert oder die Genauigkeit vielleicht auch nicht so fehlt. Also das brachte sehr gute Ergebnisse. Ja, spannend. Genau, weil das hätte ich mir so gedacht. Also ich bin 58 und ich habe, als ich mich quasi mit Weiser beschäftigt habe und auch mit Ihnen, ist mir, ja, da hätte ich, ich hätte Lust sozusagen bei Ihnen anzufangen. Ich finde das alles total spannend. Genau, das ist, ja. Ja, unser Anspruch war, dass wir so ein Produkt machen, das auf der einen Seite für natürlich Menschen mit sehr viel Erfahrung gemacht wird, aber dass es trotzdem nicht so altmodisch ist. Also das ist trotzdem sehr modern von der Marke und der Name ist sehr modern und die Farben, die wir verwenden, sind sehr bunt. Stimmt, ja. Also wir das Ganze so ein bisschen spielerisch auch gestalten. Ja, das ist gelungen, finde ich, auf jeden Fall. Kommen wir auf Weiser, ein bisschen konkreter zu sprechen. Wie ist denn der Weg zu Ihnen? Wie geht das, also wenn unsere Hörerinnen sozusagen sich fragen, wie kommen Sie denn auf Ihre Plattform und wie können Sie sich sozusagen mit dem, was Sie zu bieten haben, Unternehmerinnen und Unternehmen anbieten? Also unsere Plattform funktioniert im besten Fall so, dass wir gar nicht eingreifen müssen. Das bedeutet, die Menschen, die etwas suchen, können sich auf der Webseite ein Profil erstellen. Das Profil ist nicht so ein klassischer Lebenslauf, wie man das kennt, sondern wir haben es ein bisschen anders gestaltet. Und zwar haben wir drei richtige Fragen, die wir stellen. Und zwar, was kannst du richtig gut und warum? Was möchtest du überhaupt noch machen? Und wie sieht das ideale Arbeitsumfeld aus? Und dann haben wir noch im Lebenslauf auch so drei Lebenshighlights, was sehr gerne ausgefüllt wird, weil da erzählen dann die Menschen meistens von ihrer Persönlichkeit oder dass sie eine Weltumsegelung gemacht haben oder irgendetwas gebaut haben. Und dieser moderne Lebenslauf, der ist dann einsehbar für die Firmen. Das heißt, die Firmen können dann direkt von ihrer Seite her auf die Lebensläufe zugreifen. Und das heißt, die Menschen können gefunden werden. Und umgekehrt geht aber auch, dass eine Firma eine Stelle oder ein Projekt ausschreibt und die Menschen können sich daraufhin quasi mit einem Klick bewerben. Und dann eröffnet sich eine Nachricht und die wird dann direkt an die Firma geschickt. Das heißt, dieses ganze Matching, dieses ganze Kennenlernen funktioniert eigentlich über die Plattform im ersten Schritt. Ja, und wie kommt es an, dass Sie so einen etwas unkonventionelleren Lebenslauf wählen bei den Unternehmen? Also es wird ein bisschen gemischt aufgenommen bei den innovativeren Unternehmen. Die finden das total gut, weil sie so ein bisschen einen ganzheitlicheren Menschen kennenlernen. Aber natürlich bei vielen Personalabteilungen hat man so eine klare Vorstellung, wie der Prozess ablaufen muss. Und da ist es dann ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir leisten auch sehr viel Aufklärungsarbeit rund um das ganze Thema Neues Arbeiten. und das ist dann sehr abhängig davon, welche Branche und welche Firma und so weiter. Aber zum Beispiel, wir haben sehr viele jüngere Kunden, also Start-up-Kunden auch. Das sind eben digitale Unternehmen und die finden das eigentlich immer ganz toll, dass der Lebenslauf so ein bisschen anders aussieht. Aber das kommt sehr gut an. Genau. Sie sprechen ja deutschsprachige Unternehmen an vorwiegend, gell, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Erkennen Sie einen Unterschied quasi zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland im Umgang mit diesen 55-plus-Jährigen? Ich glaube, also ich erkenne schon sehr viele Unterschiede, wobei die haben oft mal nichts mit unserer Zielgruppe zu tun, sondern zum Beispiel, dass die Firmen in Deutschland viel mehr deutschsprachige Begriffe verwenden, währenddessen die Schweizer und die Österreicher oft mal schon mehr an Klizismen gewöhnt sind. In Bezug auf die Zielgruppe, muss ich ehrlich sagen, ist es, glaube ich, weltweit noch immer ein schwieriges Thema. Also nicht nur in Deutschland und nicht nur in Österreich. Vielleicht die nordischen Länder sind uns ein bisschen voraus. Also in Schweden gibt es ganz viele Menschen, die bis 75 arbeiten. Das ist in Österreich und in Deutschland noch nicht der Fall. Also wir sind, beide Länder sind da eigentlich noch sehr weit am Anfang und da gibt es noch viel Potenzial nach oben. Aber ja, das ist jetzt mal das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Ja, genau. Also es ist auch mein Eindruck, dass es einfach noch eine Menge Entwicklungsbedarf gibt auf unterschiedlichen Ebenen. Und das bestätigen auch Alternsforscher, mit denen ich spreche, zu dem Thema, dass wir da ja noch Potenzial, noch Luft nach oben haben tatsächlich. Ja, das, was mir immer aufgefallen ist als sehr spannende Komponente ist, dass es ein super individuelles Thema ist. Also ob die Person, die vor mir sitzt, also in der Personalabteilung zum Beispiel, ob diese Person eine Offenheit für eine ältere Zielgruppe hat oder nicht. Da gibt es auch so ein bisschen das Thema der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Also wir haben auch öfter schon mit Menschen in den Firmen zu tun, die selber schon über 50 sind und sich selber dann als sehr innovativ einschätzen und als sehr lernfähig. Aber wenn es darum geht, ältere Menschen, also über 50, sage ich mal, zu rekrutieren, dann finden sie, also dann kommen diese ganzen Vorurteile von wegen, ältere Menschen sind langsamer, können nicht mehr lernen, sind nicht zu produktiv und so weiter. Und da gibt es dann so ein ganz komisches, ja, das passt irgendwie nicht zusammen, das Bild von einem selbst und das Bild von den anderen, der Zielgruppe. Das ist mir irgendwie immer aufgefallen. Ja, ich glaube auch, das kann ich bestätigen. Also, dass das immer eine Diskussion auslöst, auch in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, ist das so. Und es braucht einen Ticken mehr, um quasi dann sich für den Mitarbeiter, der eben ein bisschen älter ist, zu entscheiden. Und genau, den Eindruck habe ich ja auch. Ja, Sie veröffentlichen auf Ihrer Homepage folgende Zahlen. Sie sagen nämlich, es sind so 650 und mehr Unternehmen im Moment jetzt in Ihrer Datenbank quasi. 7.000 und mehr Senior-Expertinnen und dass Sie quasi weit über 30.000 erfolgreiche Einsatztage in allen Branchen und Berufsfeldern vermitteln. Das ist erstmal, finde ich, enorm. Also, da haben Sie ja jetzt über die vier Jahre eine Menge Zulauf bekommen. Ja, da haben wir eigentlich sehr viel geschafft. Ich glaube auch, dass das Thema schon sehr weit in die Öffentlichkeit drückt. Also, die Firmen, die jüngeren Firmen merken oft, dass ihnen Erfahrung fehlt. Das sind eben dann so digitale Unternehmen. Und die traditionelleren Unternehmen oder, sage ich mal, die Unternehmen, die sehr in wissensintensiven Branchen sind, die merken natürlich, dass ihnen einfach die Fachkräfte ausgehen. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch ganz, ganz musiv zuspitzen. Für unsere Ansprüche war es oft mal immer noch nicht gut genug. Wir hätten uns noch mehr gewünscht. Aber wir arbeiten ja weiterhin daran, um dieses Thema voranzutreiben. Und ich hoffe, dass es auch einfach die notwendigen regulatorischen Anpassungen gibt vielleicht, die es ja immer noch manchmal sehr schwer machen, ältere Mitarbeiter einzustellen. Genau, ja. Was mich interessieren würde, noch mal vertiefend zu diesen Zahlen, wie ist das Durchschnittsalter ungefähr von Ihren Senior-Expertinnen? Ja, das Durchschnittsalter, das sehe ich hier da gerade, ist zwischen 58 und 67. Okay, Wahnsinn. Das ist so die, also wir haben so eine richtige Gausche-Glockenkurve. Das heißt, es geht bis 82, haben wir Menschen, die sich registrieren. Und es beginnt schon so bei Anfang 50. Aber unsere Hauptgruppe ist eigentlich so, ja, plus minus 60. Da sind die meisten Menschen, die sich registrieren. Das heißt, eigentlich ist das noch nicht das offizielle Renteneintrittsalter. Ja. Aber in der Realität ist es einfach so, dass viele dann schon in Ruhestand sind oder in frühe Rente gegangen sind. Genau. Und deshalb ist das, so erkläre ich mir so ein bisschen dieses Alter. Das sind auch die wirklich jüngeren, älteren, die eigentlich noch super motiviert sind. Und aber aus irgendeinem Grund nicht mehr in einer Vollbeschäftigung sind. Genau, Sie haben ja davon gesprochen, dass es quasi projektbezogen und Teilzeitaufgaben gibt quasi, die dann gerne übernommen werden. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also wie fühlen sich die Senior-Expertinnen in den Unternehmen? Wie lange sind die da im Durchschnitt? Also was hören Sie von denen als Rückmeldung, wenn dann so eine Vermittlung klappt? Also grundsätzlich merken wir, dass das Thema Projektarbeit oder Teilzeit, das ist das, was sie sich wünschen. In unseren Gesprächen mit den Menschen ist es so, dass wir als Feedback bekommen, dass niemand mehr wirklich eine Vollbeschäftigung möchte über, ich sag mal, über 58. Sondern, dass es wirklich so diese, was sehr gut ankommt, ist einfach die Flexibilität zu sagen, also zeitliche Flexibilität, aber auch örtliche Flexibilität. und sich das eben so einzuteilen, wie es gut geht, körperlich, aber auch mental und wie es einfach Spaß macht. Von denen, die mir jetzt gerade einfallen, also wenn es darum geht, um längerfristige Tätigkeiten, wie zum Beispiel in der Buchhaltung, wo wir ja auch einen 63-jährigen Herrn bei uns haben, der das für uns macht. Da ist es dann oft so, dass es längerfristig ist. Also bei uns zum Beispiel ist es jetzt schon seit drei Jahren, haben wir den Edmund. Aber die Stundenanzahl ist eigentlich sehr gering. Also es sind, glaube ich, ich sag mal zehn bis zwölf Stunden im Monat eigentlich nur. Wenn es jetzt eher eine Tätigkeit ist, die wie ein Projekt aufgesetzt ist, das heißt, ja, kurzfristig sehr viel Arbeit, dann sind unsere Erfahrungswerte, dass es meistens so zwischen drei und sechs Monaten an Projektarbeit ist. Genau. Und wie ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männern? Ja, das ist leider sehr schockierend für mich. In Deutschland haben wir da einen Unterschied von, was war das, 70 zu 30. Also 70 Prozent Männer und nur 30 Prozent Frauen. Das war in Österreich und in der Schweiz ist das ausgeglichener. Ich weiß, ich kann es mir noch nicht erklären, warum. Aber bei uns ist es, glaube ich, so 60 zu 40. Genau, aber in Deutschland 70 Prozent sind Männer. Ja, das ist eine spannende Frage. Die nehme ich mal mit, wenn ich wieder mit einer Alternsforscherin spreche, weil ich glaube, da gibt es Forschung zu. Wieso das so ist? Sehr gerne, ja. Genau. Haben Sie eine Vermutung? Ja, ich habe eine Vermutung. Nämlich, dass es den Frauen quasi leichter fällt, aufgrund ihres eigenen soziales Umfeldes quasi diese Zeit quasi in dem Übergang zum Ruhestand besser für sich zu gestalten. Und weil die sich auch eher zuständig fühlen für die Enkel und die Beziehung, sage ich mal, in ihrem Umfeld. Und ich glaube, dass da das Bedürfnis deswegen geringer ist, weil die in Anführungsstrichen genug Beschäftigung haben. Aber das ist nur eine Vermutung. Ob das tatsächlich so jetzt wissenschaftlich belegt ist, weiß ich nicht. Aber das kann ich mal fragen. Ich spreche demnächst mit dem Professor Wahl. Das ist ein Alternspsychologe, der sehr viel Forschung analysiert hat und ein Buch geschrieben hat über die neue Psychologie des Alterns. Und der kann da bestimmt was zu sagen. Ich notiere mir das mal. Das ist spannend, ja. Ja, genau. Was mich auch noch brennend interessieren würde und wahrscheinlich unsere Hörerinnen auch. Was kriegen Sie für Rückmeldungen, wenn dann die Vermittlung geklappt hat? Und wenn sozusagen die Unternehmen und die Senior-Expertinnen zusammenkommen? Was berichten die Senior-Expertinnen über ihre Erfahrungen in den Unternehmen? Also kommen die da gut an? Machen die gute Erfahrungen? Was kriegen Sie da mit? Also in den vorwiegend jüngeren Unternehmen, also Digitalunternehmen oder eben jüngere Werbeagenturen oder sowas. Da ist die Rückmeldung sehr, sehr positiv, weil das, was den Menschen wirklich Spaß macht auf beiden Seiten, also den Jüngeren und den Älteren, ist eben, dass es so ein bisschen eine ganz andere Generation ist. Für die Älteren ist es spannend, dass das nur junge Leute sind. Und für die Jüngeren ist es super, super cool, wenn da eine Person dabei ist, die so ein bisschen Ruhe reinbringt und so ein bisschen Erfahrung und zu der man auch immer gehen kann, um Fragen zu stellen, die man sonst vielleicht niemandem stellen könnte. Also da klappt das sehr gut. Bei traditionelleren Unternehmen habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel Feedback im Kopf. Da ist wahrscheinlich das Erlebnis gar nicht so außergewöhnlich, weil es da dann auch oft ohnehin auch gleichaltrige Menschen gibt. Das heißt, da hören wir dann nur, wenn es wirklich nicht klappen sollte, wenn es Beschwerden gibt. Aber sonst, so ein positiver Feedback fällt mir da jetzt gar nicht so ein. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass unsere Zielgruppe sehr wählerisch ist im Auswählen auch von Unternehmen. Das heißt, man hört ja in dem Personalthema oft, dass die Jungen sind so wählerisch und wollen nur für Unternehmen arbeiten, die einen starken Purpose haben, einen starken Sinn und etwas Positives machen. Also ich sehe, dass das genau das Gleiche ist auch bei unserer Zielgruppe. Die Menschen haben keine Lust für irgendwie große Konzerne zu arbeiten, die keinen guten Ruf haben und keine gute Marke haben. Das interessiert die wenigsten. Also das, glaube ich, ist wirklich so generationenübergreifend eine neue Wertehaltung einfach. Man möchte für ein Unternehmen arbeiten, das irgendwie etwas Positives gestaltet. Genau. Ja, gerade auch, wenn ich das ja sozusagen selbst ausgesucht mache als älterer Mensch und mich entscheiden kann, zu welchem Unternehmen ich denn gehe. Also wenn ich sozusagen nicht mehr unbedingt arbeiten muss, dann habe ich ja eine ganz andere Voraussetzung. Also deswegen diese Mythen von wegen, die Jüngeren sind so in der Arbeit und die Älteren sind so, die stimmen eigentlich so gar nicht. Also ich kann da wirklich sehr selbstbewusst sagen, dass das eigentlich durch die Bank sehr ähnlich ist. Das heißt, das Thema flexible Arbeitszeiten, positive Arbeitskultur und Purpose und etwas Sinnvolles zu tun. Und ich glaube, das ist wirklich für alle Generationen das, was sich die Menschen wünschen. Ja, die Alternsforscher sagen ja auch, dass das Thema Generativität, also was hinterlasse ich sozusagen noch einer nachfolgenden Generation für Menschen quasi im Ruhestand und darüber hinaus eine große Rolle spielt. Und das zahlt ja mit darauf ein, was Sie gerade schildern, nämlich, dass ich wirklich noch was Sinnvolles machen möchte, was auch eine Wirkung erzielt und eine Resonanz auch in die Gesellschaft hinein gibt. Purpose war Ihr Stichwort. Genau. Ja, total spannend, dass Sie das so quasi bestätigen können. Ja, das habe ich mir am Anfang ehrlicherweise auch gar nicht so gedacht irgendwie. Ich bin ja da mehr oder weniger so reingestolpert, aber jetzt ist es schon eine sehr spannende Datenbank, die wir da auch aufgebaut haben und sehr spannende Einblicke, die wir da bekommen. Wenn man in vielleicht eine Altersgruppe, die sonst so gar nicht so erforscht ist, außer vielleicht eben von Forschern, die sich da wirklich darauf spezialisiert haben. Ja, genau. Welche Visionen, Pläne haben Sie denn noch für Weiser? Wo soll es noch hingehen? Große Visionen haben wir natürlich für unser Produkt, dass wir das auch hoffentlich bald wieder sehr aktiv weiterentwickeln können. Ich muss ja leider sagen, dass letztes Jahr, wo wir alle irgendwie erstarrt sind mit Corona, dass es auch sehr wenig auf der Firmenseite passiert ist, weil das, was wir von den Firmen gehört haben, war eher, dass wir eben umstrukturieren müssen und diese Kosten senken. Aber wir haben in der Zwischenzeit die Zeit genützt, um ein zweites Produkt zu entwickeln. Und das ist ein Produkt für große Firmen, wo teilweise bis zu einem Viertel der Belegschaft in Rente gehen wird in den nächsten sieben bis zehn Jahren. Und wir helfen den Firmen dabei, dass sie sozusagen innerhalb ihrer Firma den intergenerationellen Austausch fördern. Das heißt, junge Menschen können Fragen stellen, also digital, und die Schwarmintelligenz der Senior-Experten können diese Fragen dann beantworten. Und idealerweise lässt man die Senior-Experten dann auch über den Ruhestand hinaus an diesem Netzwerk teilnehmen. Also das ist so das Produkt, an dem wir jetzt arbeiten. Und genau, das wäre dann so eine Kombination eben, also auf der einen Seite für die großen Unternehmen ein Produkt zu haben und auf der anderen Seite die Plattform, die weiterhin besteht. Aber eben eher für kleinere Unternehmen eigentlich Erfolg oder Mehrwertschaft. Ja, genau. Ich glaube, vor der Entwicklung, die wir beschrieben haben und auch durch die Babyboomer, ist das eine echte Lücke, die sie da versuchen zu füllen. Gerade eben in den großen Unternehmen. Genau. Also es ist wirklich, in der Verwaltung ist es noch schlimmer. Ja, da geht, glaube ich, jeder Dritte in Rente. Und da sind alle noch sehr verloren mit dieser Problematik. Also das ist noch nicht gelöst. Nee, das ist noch nicht gelöst. Das sehe ich auch so. Ja, genau. Kommen wir langsam zum Ende. Ich höre ja, dass Sie eine ganze Menge machen quasi dafür, dass wir eine altherns- und altersfreundlichere Gesellschaft kriegen. Ich nenne das ja auch gerne Pro-Aging-Kultur. Und wie stellen Sie sich Ihre dritte Lebensphase vor, ausgehend von heute? Was würden Sie sich sozusagen wünschen dafür, wenn wir jetzt, Sie haben gesagt, Sie sind 34, wenn wir 30 Jahre weiterdenken? Ja, also ich glaube schon, ich werde sehr oft gefragt, warum ich das überhaupt jetzt auch mache. Ich glaube schon, dass ein Teil von mir auch sich einfach dafür vorbereitet und schon jetzt versucht, eine Welt zu gestalten, die ich mir dann später wünschen würde. Und da quasi in Vorarbeit gehe, um das dann zu ermöglichen. Und ich glaube, ich würde nie komplett aufhören, mich beruflich zu engagieren. Also ich möchte immer zumindest Mentorin sein oder einfach aktiv Projekte umsetzen und kreativ zusammenarbeiten, auch mit Jüngeren. Und ich glaube, das würde ich dann mir wünschen, auch für mich selber. Ja, das ist ein schönes Bild, finde ich. Das geht mir ganz ähnlich. Ich will auch nicht aufhören zu arbeiten, aber ich will mit mehr Zeitsouveränität und nicht mehr unbedingt in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, sondern frei. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, komplett aufzuhören mit Arbeit. Aber eben Arbeit, die ich mir aussuche sozusagen. Genau, dieses selbstbestimmte, selbstbestimmtes Arbeiten. Und das ist ja das, wo wir, glaube ich, alle hinwollen irgendwie. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank, Frau Bachinger, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Genau, und ich bin gespannt. Ich werde das mit im Blick behalten, wie das mit Wiser weitergeht. Und ich glaube, ja, ich erzähle das immer schon in meinem quasi Umfeld, weil da sind ja lauter Menschen in meinem Alter und die hören da auch interessant zu. Und ein Nachbar hat sich auch bei Ihnen schon angemeldet auf der Plattform. War ja toll. Genau, und von daher ist es auch, also geht es da so irgendwie weiter. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, weil der hat auch noch total Lust, was zu machen. Genau. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war es heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-elter-werden.de. Finden Sie unser Magazin und weitere Informationen. Noch mehr von uns gibt es übrigens auf YouTube, Facebook und Instagram. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer. Und empfehlen Sie uns gern weiter, denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Bertram Kasper.